19 wundervolle Episoden Dishonored Und ich bin immer noch dabei Sogar erst bei der dritten Mission Also was heißt hier in 4 Stunden Durchgeschafft Emily ist jetzt da unten VIP Ausgang Emily VIP Ausgang Okay das sind 2 Pfeile direkt nebeneinander deshalb Oh shit Ha gut gerettet ne Scheiße Ich komme nicht mehr hoch Fuck Ich muss innen durch gehen Ich muss innen durch Ich speichere mal den mittleren Den untersten kann ich dann eigentlich auch löschen Nur den anderen behalte ich nochmal sicherheitshalber Falls ich nochmal ins Büro des Docks zurück will Äh nicht ins Büro des Docks Sondern Ganz cool bleiben Dreh dich weg Es ist mir gefällt Oh Gott Immer gegen diesen Kerzenständer Also ich muss sagen Es ist jetzt echt richtig gut gelaufen Also richtig auch Ich bin jetzt richtig schnell Flüssig Und zielsicher Durch dieses Durch dieses Ding gegangen Also echt Nachdem ich jetzt so ein bisschen den Bogen raus hab Läuft es schon ganz gut Muss ich sagen Bin ganz zufrieden mit meiner Leistung Aber wer weiß Was noch für Überraschungen auf mich warten Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen Mal gucken wo das hinführt Ja okay Ist ja klar Natürlich hier unten raus Ich bin ja gerade oben reingegangen Gehört was das kleine Mädchen gemacht hat? Nein Nein Das ist eine Süße Amy oder Emily oder so ähnlich Sie wollte fliehen Irgendwie hat sie den VIP Ausgang entdeckt Wirklich? Ja Prudence hat ihn seitdem abgeschlossen Und besitzt den einzigen Schlüssel Warum ist sie überhaupt hier? Ist sie eine Nichte der Pendantons? Keine Ahnung Sie halten sie unter Verschluss Alles cool Okay Tja ich hab den VIP Schlüssel Das heißt also viel kann uns nicht passieren Schlimmsten Fall werden wir von Wachen entdeckt Und ich glaube ich hab auch nur jetzt Ich hab zweimal geladen in der kompletten Mission Vielleicht schaffe ich ja sogar welche mal komplett ohne zu laden Einfach nur durch kluges Vorgehen Das wäre so mein persönlicher Anspruch Ist auch alles gut Emily Sie sieht mehr als sie sah Kleine Lady Emily Schließ die Tür auf Damit wir von hier verschwinden können Lass uns gehen Verschwinden wir Tür zum Destilleriebezirk Dieses Haus liegt am Fluss Du bist mit einem Boot gekommen Ich warte beim Boot auf dich Ich kenne den Weg Keine Sorge Ich hab sie gerettet Total geil Ich hab sie gerettet Und Muss jetzt nur noch zu Slackjaw Damit die Damit die Pendantons ausgeschaltet werden Das ist doch total super Also Besser ging es nur wirklich nicht Besser konnte ich das nur wirklich nicht machen Hat es jetzt gezählt Als eingegeben Jetzt Besser ging es jetzt nur wirklich nicht Ich glaube das war jetzt die absolute Stealth Variante Und Wachen schlafen legen scheint auch nicht Als schlecht anzusehen Was es halt noch gibt sind diese Gemälde Diese Sokolovs Sokolovs genau Sokolovs Gemälde Und Tresoren natürlich Davon hab ich jetzt nicht alle eingesammelt Die Runen und die Dings hab ich ja Aber die Tresoren Da gab es sicherlich auch ein oder zwei bestimmt in diesem Teil Die hab ich jetzt nicht Aber mein Gott ich mach ja auch hier kein 100% Guide Sondern einfach ein Let's Play Wie man es auch im ersten Durchlauf durchspielen würde Nein nein nimm nichts mehr Ich habe getan was du mir aufgetragen hast Aber sie hören einfach nicht zu Gib mir noch eine Chance Bitte Liebling Lass es mich dir beweisen Psst Lumpengräfin Ist auch nichts mehr was ich holen müsste Hau bloß ab Hau bloß ab Oh shit Nein Ihr verfluchten Schweine Wow Shit Lauf dude Lauf Hat mir das Angst gemacht Das macht mir ja Angst Die sind hier richtig gruselig Das war gruseliger als Resident Evil Ich hab richtig so ein Kribbeln im Rücken Also gruseliger als Resident Evil zu sein Ist allerdings auch nicht schwer Muss man dazu sagen So Griff Sie suchen? Ja zeig mal Mal gucken was du hast Der Griff hier Betäubungsbolzen Kaufe ich jetzt mal keinen Das sollst du brauchen oder essen Erschwende Idiot Dann Walls alte Whisky Distillerie Da ist der Tja Dann Bring ich Slackjaw jetzt die Kombination 1-3-8 oder 1-8-3 Ich weiß es nicht Ich hoffe mal Korbo verrät es ihm automatisch Und Tja Dann Müsste ich die Mission eigentlich schon erledigt haben Was Super ist Was Super schnell ging Und auch sogar echt Laune gemacht hat Weil es so gut geklappt hat Morgen Explosive Flasche Ja sie explodiert Ja das war ich Ich habe eine explosive Flasche Durch die Gegend geworfen Na Ist gut ne Hast du kein Problem mit Guck Seine Hütter Geht immer noch Auf den Straßen Dieses Bezirks Anschaffen Tja Man wundert mich nicht So wie der ausschaut Der jagt eine Ratte oder was Ah hier ist Slackjaw direkt Ich könnte halt echt so ein paar Bolzen Mal wieder finden finde ich Hier ist die Kombination für den Tresor des Kunsthändlers Hast mir die Zahlen gebracht Ich suche schon seit Monaten nach der Kombination Komm zu mir wenn du eine neue Arbeit brauchst Slackjaw weiß wenn er einen guten Mann vor sich sieht Na klar willst meinen Plan für die Pendletons wissen Sieh mal die Pendletons haben diese Minen Hunderte von Leuten arbeiten da eine halbe Meile unter der Erde Ich werde den beiden ihre Köpfe rasieren Die Zunge rausschneiden Und sie in ihre eigenen stinkenden Mieden verfrachten Dann sehen sie das Leben mit anderen Augen Nicht tödlich Da ist noch jemand auf der Pirsch Triff Emily und Samuel beim Boot Ich habe allerdings auch noch den Schlüssel Zu dem Haus des Kunsthändlers bekommen Die Frage ist ob ich damit irgendwas anfangen kann Wenn ich nur wüsste wo das Haus des Kunsthändlers ist Jemand will wohl verletzt werden Vielleicht muss ich da auch in der nächsten Mission hin oder so Aber es wäre halt cool nochmal Es wäre cool nochmal zu wissen Ob das Haus irgendwo ist In der Nähe und ob ich da rein kann Weil ich habe ja den Schlüssel Ich könnte ja reingehen und könnte mir jede Menge Kram rausholen Und ich könnte momentan ein bisschen Dingsbolzen und sowas durchaus gebrauchen Ein paar Betäubungsbolzen Oder ein bisschen Geld mit dem ich Mit dem ich Betäubungsbolzen kaufen kann und sowas Ein bisschen Loot eben Teleportieren, genau, schnell und leise Das ist was zum Rauchen oder Essen Vielleicht muss ich hier vorne nochmal Zur Stadtkarte Hier gab es irgendwo eine Karte der Stadt Da bin ich mir relativ sicher Neuen Speicherstand anlegen Achtung Bürger von Dunwall Da genau Ab sofort wird Wahlhöhe nur noch rationiert abgegeben Schade Da steht die Wohnung des Kunsthändlers nicht drauf Was für sale Sind weil diese Das sind so Türblocker, ne Diese roten Dinger Wie Wagenheber Nur dass sie die Tür blocken Asozial Notiz der Gräfin Entschuldigt, du musst gerade aufstoßen Liebster Du solltest dich nicht mit den bösen Buben von der Destillerie abgeben Das Elixier hat ihr Gemüt nicht verbessert Und sie behandeln meine Vögelchen überhaupt nicht gut Wenn du dich mit ihnen oder ihrem sogenannten Boss abgibst Könntest du es dir mit mir verscherzen Das willst du doch nicht, oder? Gräfin Okay Vielleicht habe ich dadurch, dass ich jetzt mit Slackjaw gearbeitet habe Schlechte Karten bei der Gräfin Na und die hat mir schon nicht schlecht geholfen Das letzte Mal Nur wo ist die Wohnung des Kunsthändlers? War das nicht da oben vielleicht? Wohnung des Kunsthändlers Jawohl Zur Wohnung des Kunsthändlers gehen? Ja bitte Wohnung des Kunsthändlers Super Ich wusste doch, dass ich die Tür schon mal irgendwo gesehen hatte Mit Wohnung des Kunsthändlers dran Das Haus der Freuden Hier schon gemacht Eine Rune gibt es auch Gleich da oben Wachen Keine scheinbar Ratten Doch da oben Da sind andere Leute Also wachen dürfen Würden mich hier wundern Aber zumindest Irgendwelche anderen Personen Vielleicht hat der Kunsthändler ja auch Wachen Er ist ja so reich Ich kann auch jetzt die Tür zum Tresor aufmachen Mit dem Slackjaw das Dings wegschnappen Dafür, dass der So reich sein soll Oder zumindest Es sich leisten kann In der Golden Cat Sich da von Von irgendwelchen Damen Verwöhnen zu lassen Sieht das hier aber ganz schön abgewrackt aus Schön umgerannt Alter Wo kommt ihr denn alle her? Ekelhaft Ich hatte mal eine Ratte als Haustier Aber die war nicht so ekelhaft Ich habe doch nicht angefangen Leute zu fressen Bei lebendigem Leibe Ich muss noch ein bisschen was essen hier Okay ich mache mal meinen Speicherpunkt Also im Moment muss ich sagen Komme ich richtig gut voran Muss nicht ständig irgendwie Spielstand wieder laden oder so Sondern ich kann hier schön Mich durcharbeiten Aber da oben sind Leute Da oben sind Leute Das ist Kunst Klausige Art an Geld zu kommen Armes Schwein Das ist nichts wert Oder? Nie im Leben Ich glaube ich habe das Ding hier im Haus meiner Oma gesehen Das sind die schon wieder Die war keine Fürstin Ja Wird er nie los Lohnt nicht die mitzunehmen Ich gehe hoch Und gucke ob die anderen was gefunden haben Die anderen Sind noch mehr Banditen hier Vielleicht denken sie dann Dass ich mal ein Deal breche mit Oh oh Diese Stadt ist auf den Knochen der Großen erreicht Wer hat es da ist Lass mal drücken Interessiert sind die Leute für sowas Das ist Zeit erst mal hoch zu gehen Da musst du nochmal Wir hätten hier nicht so eine dicke Tür Wenn dahinter keine Wertgegenstände auf uns warten Rührt sich nicht Keinen Millimeter Ich habe mir noch die Schulter verreckt Hör auf zu heulen und probier es nochmal Wieder nur die Schätze dahinter vor Die helfen über den Schmerz hinweg Wenn du meinst Probier es doch Er hat es da ist Ich frage mich Ob ich jetzt wirklich die Kombination Da eingeben kann Und den Safe ausräumen kann Das müssen die ja nicht wissen Dass ich das war Naja doch Ich bin der einzige der sie kannte Das ist ja eine lausige Ausbeute hier Ich lasse mich mal von den Na okay Ich darf mich nicht von ihnen sehen lassen Das war eine geile Aktion Muss man sagen Golden Cat große Neueröffnung Mr. Bunting Ich weiß sie haben darauf gewartet Dass die Golden Cat ihn wieder eröffnet Vermutlich haben sie fieberhaft darauf gewartet Mein Lieber Umso größer ist meine Freude Sie morgen zu unserer großen Neueröffnung einzuladen Ich versichere ihnen Dass wir nach dieser Begegnung mit der Seuche Alles von oben bis unten gereinigt haben Wir sind bereit für sie Jeder hier liebt sie Und für die Hälfte der Mädchen Sind sie ein echter Freund Madame Prudence Wo sie sich irgendwie In den Ofen angeschmissen haben Knochenartefakte Kenne ich schon Dort und die Parabel der verlorenen Jahreszeiten Ah das war so ein Bild Da gibt es anscheinend in jedem Gebiet eins Das Problem ist Also ich bin ein bisschen gerade am überlegen Soll ich Ich könnte zum Beispiel Ich könnte den Safe ausräumen Dazu müsste ich vielleicht die Banditen schlafen legen Was aber nicht schlimm wäre Da könnte ich den Safe ausräumen Und könnte das finden was drin ist Aber Dann Hätte ich meine Abmachung mit Slackjaw Gebrochen Und Slackjaw hat die Dings für mich neutralisiert Das heißt also Weil ich auch der einzige bin Der außer Slackjaw selbst die Kombination Kannte Werde ich relativ schnell Äh wahrscheinlich Ja wie sagt man Zerfickt Das heißt also Ich mach's lieber nicht Was klotzt du so blöde Halt's Maul Schaut mal da Ein dreikäpfiger Affe Hab was gehört Wo geht's da lang Zum Clevering Boulevard Ja meinetwegen Gehe ich wieder raus Also Das ist halt jetzt so Das ist halt das moralische Problem dabei Will ich diese Abmachung brechen Will ich zum einen Die Rache von Slackjaw riskieren Ich weiß nicht ob das halt Oder ob es vielleicht so ist Dass wenn ich es jetzt sogar machen würde Dass es dann heißt Der Safe war schon leer Aber Irgendwie halt auffällig Wenn ich jetzt da die Banditen erledige Und dann Das geht ja irgendwie auch nicht Ach das war die Tür hier Und da sind Samuel und Emily Da drüben auch Das ist auch kein Problem Da komm ich doch leicht hin Da müsste ich ja eigentlich ganz leicht hinkommen Ich mach mal einen Speicherpunkt Ja ich bin da so ein bisschen Ich weiß nicht Dann denke ich halt Da ist es mir nicht so wichtig Was im Safe ist Was auch immer das sein mag Ist mir weniger wichtig Als dass der Slackjaw Irgendwie sich an mir rächen will Beziehungsweise Ich irgendwelche Konsequenzen Zu befürchten hab Deswegen Au Das war wirklich richtig richtig dumm Das mach ich nicht nochmal Ich dachte ich könnte so runter Und dann so im Halbkreis Quasi unten wieder auf den Balkon Das geht ja manchmal Aber hier scheinbar nicht Aber ich hab ja immer noch Die Kraft mich zu teleportieren Und kann mich auch Genauso gut einfach Nach unten teleportieren Ich glaub das Problem Beim teleportieren aus der Höhe Ist nur Wenn man sich Zu hoch über den Boden Teleportiert Und dann die Fallhöhe Quasi trotzdem noch so hoch ist Dass es mir Dass es mir wehtut Aber das ist ja eigentlich Jetzt nicht mehr so Krass bei mir Weil ich ja jetzt schon Geskillt bin In der Richtung Wenn ich mich jetzt zum Beispiel So runter teleportiere Dann falle ich nur das Stück Das ist kein Problem Verdammte Ratte Weil der letzte Milater verschwunden ist Wird die Dunkelheit kommen Das ist das viele hier Ich könnte mal Soll ich mal den Geschützturm abschalten Ne warum Ich brauch's im Moment nicht Warum sollte ich das tun Ich könnte wahrscheinlich auch Als Ablenkungsmaßnahme Einfach mal auf diese Wahlöl Kann schießen Dann würde wahrscheinlich auch Würde es wahrscheinlich auch Gut vorangehen Hier auf einmal Aber es gibt ja diesen Chaosfaktor Der berechnet wird Und meiner ist glaube ich Im Moment extrem niedrig Ist doch alles cool Alles cool Alles cool Da ist eine Wache Kann ich ja leicht umgehen Zack und ohne dass jemand etwas Bemerkt hat Oder etwas wirklich passiert ist Ich hab ja An niemanden Hand angelegt Bin ich auf dem Weg Zu Emily Und Samuel Ja bringen wir Emily Nach Hause Missionsdetails Gegner eliminiert Drei Ach das waren die drei Assassinen Ja natürlich Die drei Assassinen Leichen Leichen oder bewusstlose Personen Entdeckt eine Runen hab ich nur vier von fünf gefunden Eine fehlte mir also noch Es gab noch mehr Gewinnung Noch viel viel mehr Geld Na gut Schade Aber Was soll's Das nächste Mal Wenn ich von Assassinen Angegriffen werde Dann Dann hau ich ab Oder ich betäube sie oder so Hoher Besuch Emily steht nun unter dem Schutz Der Kaisertreuen Da ihr Wohlergehen zumindest Derzeit gesichert ist Wird es Zeit Die verbleibenden Verbündeten Des Lord Regenten zu beseitigen Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt Corbo Es steht mir nicht zu Darüber zu urteilen Doch wenn jemand Sein Schicksal verdient hat Dann waren's diese Penalty Von welcher Angelegenheit Sprechen Sie? Oh ich äh Angelegenheiten für Erwachsene Mein Kind Ich meine eure Hoheit Vergeben mir Kein Problem Ich habe in der Golden Cat Von Erwachsenenlingen gehört Oh Ich sollte mich darauf konzentrieren Dieses Boot zu steigen Lady Emily Ich bin Callista Ich werde für Sie sorgen Solange Sie bei uns sind Freut mich Freut mich auch Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja Gerne Sie werden es sehen So wie den ganzen Hound Pits Pop Gut Ich glaub hier gefällt's mir Ich geh mit Callista Corbo Wir sehen uns später Sie beeindrucken mich Immer wieder aufs Neue Nur mit einer Klinge bewaffnet Haben Sie den Lauf der Stadt Für immer geändert Und nach dem Ende der Zwillinge Wird Lord Pendleton Für Sie im Parlament abstimmen In einer Nacht Ich mache an der Stelle Bis dahin macht's gut Tschau Bis dahin macht's gut Ja, ich bin Ich bin Lauf der Stadt Vielen Dank.